Und letztens war bei uns wieder ein Mädelsabend zu Hause und meine Freundin war dann so in der Küche und hat so ein bisschen so rumgewerkelt. Und dann kommt sie nach einer halben Stunde raus mit vier Sushis. Für die beiden. Vier. Das war's. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Sushi gegessen habt, aber vier ist zu wenig. Wenn ich Sushi essen gehe, dann gehe ich in ein Restaurant, dann setze ich mich an dieses Band. Dann lege ich meinen Kopf darauf, Mund auf und lasse laufen. Immer rein, immer rein. So isst man Sushi. Vier, Alter. Was? Das heißt ja auch All You Can Eat und nicht Take Wenig. Und dann habe ich sie gefragt, ganz ehrlich, Schatz, wieso hast du nur vier Sushis gemacht? Und dann guckt sie mich an. Ja, du weißt doch, ich muss auf die Linie achten. Ich sage, Schatz, das ist kompletter Bullshit. Der Busfahrer, der muss auf die Linie achten. Du nicht. Ja. Du bist wunderschön. Und dann hatten wir kurz einen schönen Moment und dann hat sie mir so süß eine Frage gestellt. Und durch die Tonlage habe ich nicht verstanden, dass das eine Falle war. Und dann guckt sie mich an mit so einem weinerlichen Blick so. Ist dir nicht aufgefallen, dass ich fünf Kilo zugenommen habe? Ich sage, Schatz, bin ich blind? Natürlich ist mir das aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass Sushi so gut fliegen kann, ohne Scheiß. Zum Glück hat die nur vier gemacht. So, Flop, 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 Flop. Ich war Matrix, Alter. Das war krass.